Musik Ich möchte gerne in die Schule, weil ich es total schön finde, wenn man Kinder inspirieren kann, Musik zu machen. Und Musik als etwas zu verstehen, was man wirklich tun kann und wo man sich beteiligen kann. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Mitmachen. Musik Ich habe mich für das Studium an der URICA entschieden, einfach weil ich Bock auf Berlin hatte und weil mir die Uni total zugesagt hatte. Und ich schon Leute kannte, die hier studiert haben und das ziemlich cool klang, was sie hier so machen. Musik Musik Für die Bewerbung an der URICA sollte man auf jeden Fall viele Songs spielen, gerne Musik machen. Und einfach entspannt rangehen, wenn man sich vorbereitet hat, weil am Ende zählt der musikalische Ausdruck mehr als vielleicht die Technik, die man hat. Und vor allem viel lernt und einfach sich entspannen, eine gute Zeit haben und zeigen, wer man ist. Es sollten sich außerdem eigentlich mal viel mehr Leute an der URICA bewerben, weil die Anforderungen viel niedrigschwelliger sind, als man sich eigentlich denkt. Und du eigentlich inzwischen relativ easy reinkommst, wenn du dich ein bisschen vorbereitest. Musik Musik